Mit MedLink Anästhesie haben Sie die komfortable Wahl zwischen einer Papier- oder der elektronischen, webbasierten Dokumentation. Egal mit welchem Medium Sie arbeiten, deckt MedLink Anästhesie die Erfassung aller für die Anästhesie relevanten Informationen Prämedikation, Anästhesie und Auffachraum ab. Die Dokumentation der Prämedikation mit MedLink Anästhesie online kann in der Prämedikationsambulanz oder mobil auf Station erfolgen. Über eine KISS-Schnittstelle erfolgt der Zugriff auf die Patientendaten. Direkt bei der Eingabe werden die Daten überprüft. Die dazugehörigen Prüfregeln und zu erfassenden Informationen können individuell durch den Administrator angepasst werden. Während der OP-Phase werden die Daten mit einem PC oder Tablet erfasst. Die Vitalparameter können automatisch vom vernetzten Monitoring in MedLink Anästhesie online eingespeist werden. Alternativ können die Vitalparameter aber auch, gefiltert durch den Anästhesisten, manuell erfasst werden. Im Aufwachraum wird die Dokumentation am PC weitergeführt. Ein PC reicht für die Dokumentation für mehrere Patienten aus. Auch hier kann zwischen manueller oder automatischer Vitalparameter-Dokumentation gewählt werden. Alle erfassten Daten stehen übersichtlich zur Verfügung und können entsprechend ergänzt werden. Das Übergabeprotokoll kann für die Station ausgedruckt oder als PDF-Datei in das KISS exportiert werden. Nutzen Sie die Vorteile der Anästhesie online und der Anästhesie classic. Kombinieren Sie diese für den individuellen Einsatz an Ihren unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Die Anästhesie online kann parallel zur Anästhesie classic genutzt werden. Unabhängig von der Erfassung stehen Ihnen die Daten in beiden Systemen zur Verfügung und werden ins KISS exportiert. Aus über zwei Jahrzehnten Erfahrung stehen Ihnen mit MedLink Anästhesie die etablierten Auswertungen und der aktuelle Kerndatensatz zur Verfügung. Sind Sie an einer persönlichen Präsentation interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.